Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Paar von Pokémon Sonne und Mond Spezial Demo Version am Tag 5, also nach dem Start. Erstmal noch um den Typen reden, der uns erstmal ein Nugget gegeben hat. In Harudi-City gibt es Leute, die man nach einigen Tagen erneut aussuchen sollte. Dann geschieht nämlich etwas Besonderes. So, und das Besondere ist, dass wir jetzt ein Mädchen wahrscheinlich dafür beschützen müssen, vorgewaltig zu werden. Irgendwas in der Art wird wahrscheinlich passieren, bin ich mir komplett sicher. Nicht wahr? Ich treffe mich hier gleich mit jemandem, der mir neulich, als ich mir den Fuß verstaucht hatte, sehr geholfen hat. Machen wir mal. Ich habe sehr, sehr schlimme Komplexe, was das jetzt angeht, was jetzt kommen wird. Bitte lass es nicht das Machomai sein. Nein, bitte nicht. Och, komm schon. Oh, doch, nein. Warum müssen die alle so pervers sein? Ich meine, ich mache das doch nur zum Spaß, um euch zu unterhalten. Aber warum muss jeder Spielehersteller wirklich meine Intention von schön annehmen? Oh, da bist du ja endlich. Na, habe ich zu viel versprochen? Mein super starker Retter. Muei mei. Danke, dass ich dir meinen Retter in der Not vorstellen durfte. Man sieht sich. Wie, warte, jetzt ernsthaft? Das war's? Wirklich? Einfach so? Och, komm schon. Davon kann ich keinen Part machen. Und das Schlimmste ist, davon werde ich auch keinen Part machen. Denn das Nächste, was kommen würde, wäre in jetzt noch 13 Tagen. Es ist zu lang hin. Irgendwas habe ich definitiv übersehen. Ähm, da bin ich mir sicher. Ich weiß noch nicht was. Zu dem muss ich euch noch was zeigen. Denn hier oben rechts, das ist mir so beim Bearbeiten einer Videos aufgefallen, sitzt Mr. Mystery. Ich habe ihn wiedergefunden. Oh, hey. Er meinte ja beim letzten Mal, ich soll ihn nicht suchen. Es ist bloß die Frage, ob wir da irgendwie rankommen, um mit ihm reden zu können. Weil wir kommen hier ja nirgendwo rein. Und noch viel schlimmer ist eigentlich, was können wir jetzt machen? Ich meine, sonst, das letzte Mal haben wir ein Nugget bekommen. Ich will mein Item. Irgendwas fehlt da noch. Also, ähm, ich bin mir sicher, irgendwas haben wir übersehen und irgendjemand müssen noch anquatschen. Deswegen werden wir einfach mal, äh, wild rumreden und gucken, ob wir irgendwo noch irgendwas finden. Unsere Papiere sind bearbeitet und uns gefällt es hoffentlich hier ganz schön. Das ist schön. Ähm, Duschstand ist auch schon die ganze Zeit da, ne? Ähm, mit Wasserattacken abkühlen, wunderbar. Schade, dass man das nicht machen kann. Oh, mein kleiner Pikachicha hier feiert in sieben Tagen Geburtstag. Okay, fünf plus sieben, ah, zwölf. Der Stuf schreibt nicht, ne? Och, schreibt genug. Zwölf Tage, alles klar. Pikachu. Das ist aber schön, wir können bei der Geburtstagsfeier von Pikachu dabei sein. Es würde mich sehr freuen, wenn du an ihrem Ehrentag bei uns feiern würdest. Ja, das geht klar, mein Kumpel. Machen wir. Das ist eine Pikaline. Weiß ja, Pikachu-cha. So, die Türme sind übrigens nach oben abgehauen, weil ich wette, die können wir heute noch mal wiedersehen. Irgendwo müssen die ihr Date hier zusammen verbringen. Alter, wie hat die mit dem Macho Mai ein Date ausgemacht? Und scheiße, ich komme darauf nicht klar. Das geht, das geht, das, was? Die hat mehr geschafft, als ich bisher mit allen Monstern, die ich so mal daten wollte. Und vor allen Dingen, Hashtag, un-u-u-unreales Standards. Die kann man doch gar nicht erfüllen. So, gibt's da noch irgendwas? Fleckmon, auf einen Haufen, wie niedlich. Hier geht's immer noch nicht rein, das ist schade. Genau, was ich noch gucken wollte, ist, ob ich irgendwie wirklich eine Kamera habe. Ähm, ne, Zetring und Voltium, schade. Ich kann auch auf keinen Fall irgendwie das Rotum aktivieren, weil ich halt weiß, wenn man hier durchguckt, kann man eigentlich auch noch Bilder machen. Aber scheinbar jetzt gerade nicht. Ähm, genau, ab 11 darf man hier einmal rumlaufen, das ist schön. Gucken wir nochmal in die Touristeninformationen rein. Also, ich hab jetzt zumindest was zwischen den Tagen gefunden. Dann wär so aller 6 Tage ab dem nächsten Mal was los, das wär schon mal schön. Ähm, ansonsten gibt's hier was Schönes. Bei diesen wahnsinnigen Auslaboratoren muss man sich ab und zu drin eine Pause können, einen Kühlkopf bewahren. War ich hier schon mal drin? Alola besteht aus, äh, genau, die 4 Inseln. Hier hinten kann ich übrigens auch lang, fällt mir gerade mal auf. Und da rechts läuft was im Fernsehen. Äh, achso ja, die singen Alola. Es ist cool, man sieht sogar wirklich, was da passiert. Das ist neu, es ist nicht nur eine Flimmerkiste. Warum? Nein, tatsächlich ein richtiger Fernseher, wo Sachen ablaufen. Und ansonsten finde ich hier nichts Besonderes. Nein, bloß, dass es sie überhaupt nicht stört, dass ich hinter den Tresen bin. Ist in Ordnung, von mir aus. Ähm, genau, hier gibt's die Schutzpatronen. Da haben sie gleich noch was gespeichert, äh, nicht gespoilert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die im Spiel auch nochmal irgendwie mit vorkommen werden. Ähm, immer weiter schön rot rum anzippen, das macht halt Spaß. Ähm, wo sind jetzt die scheiß Typen? Ich will die noch wiederfinden und ich werde die noch wiederfinden. Ohne Scheiß. Ähm, ich weiß bloß nicht, wo ich suchen soll. Weil irgendwas muss das da jetzt getriggert haben, dass ich da war. Ich meine, ich hab jetzt extra so lange darauf gewartet. Also ja, das war lange. Vier Tage. Ähm. Oh, mit einer Bürste zu fliegen. Stimmt, man kann ja in dem Spiel dann auch die Pokémon wieder bürsten und den Items füttern und so weiter und so fort. Was immer eigentlich auch ganz cool war. Ist jetzt vielleicht irgendwie im Pokémon Center was Neues? Äh, die sind nach oben abgehauen. Entweder ich geh nochmal zu Mr. Mystery. Oder die müssen auf der Route da drüber sein. Ähm, gibst du mir jetzt irgendwas aus? Ne, äh, immer noch die Vertretung, alles klar. Er sucht einen perfekten Erfrischungsgetränk. Was er bestimmt so gut wie nie finden wird. Ähm, äh, genau. Das ist auch Vollversion überbringen, hab ich Kukui schon wieder falsch eingeschätzt. Und ja, wir müssen jeden anreden, weil ich sonst ja nicht weiß, was die Typen sagen. Toll, dass ich im Spiel mehr kommunikativ bin als in echt. Aber wer kennt das nicht? Ähm, bis zum nächsten Waren die Woche sind wir geschlossen. Na gut. Gut, dann würde ich sagen, testen wir als erstes nochmal den Norden der Stadt ab, weil ich halt das Event beenden will. Äh, vorher. Sagt irgendwie dein Cora Son noch, dass es zur Seite gehen möchte? Oder Cora Cora? Son Son? Ne, ist einfach immer noch zuckersüß. Es ist so zuckersüß, dass es in seiner Kristallstruktur hier sogar schon festgewachsen ist. Alles klar. Ähm. Und ja, sprich mit den älteren Herren. Dann, alles gut. Dann gehen wir mal nach zum Tenktakara-Hügel, weil zumindest das Machomai kam ja auch von Norden. Das heißt, es könnte eines der zwei Machomais sein, die beim letzten Mal gekämpft haben. Womit jetzt der Weg da oben wieder frei wäre. Hier waren nur die... Renn los. Dankeschön. Die Fang-Challenge. Genau. Die komme ich auch noch nicht weit. Die werde ich auch nicht nochmal machen. Da habe ich viel zu viel Zeit drin vergeudelt. Ohne Scheiß. Vor allen Dingen... Warum sollte ich jetzt da sein? Was ist meine Bestimmung gewesen, ihr zuzusehen, wie dieses Machomai dorthin kommt? Einfach bloß abzulachen, weil das so... Äh... Ne? Aber mich schockt da nichts mehr. Ich habe schon gesehen, wie dieses Gildenliebchen der Brachidius geliebt hat. Er ist so ein Machomai, was ein paar Mal Pfund einsetzt. Oder Eisenschweif oder Härten oder wie auch immer man das betiteln will. Von mir aus auch bloß Eisenfaust oder Mega-Hieb. Geh ne, meh ne Miste. Er fingert nicht erfistet. Ähm... Das ist doch nichts Besonderes mehr. Ne, da stehen immer noch die beiden. Okay. Das heißt, das war wirklich bloß zum Abfeiern. Und mir zu sagen, ey guck mal, du kriegst nicht immer ein Item in den Arsch geschoben. Schade. Mei. Macho. Okay, dann muss ich wohl... Ähm... Jeden Ort noch absuchen. An dem man ein Machomai gesehen hat. Da ich mir das über die ganze Zeit nicht komplett gemerkt habe. Und ich auch nicht schlau genug war, das aufzuschreiben. Ähm... Ja, ich will zurück. Alles klar. Müssen wir halt suchen. Toll. Wunderbar. Ja, ich weiß nicht. Ich bin gut darin, euch alles zu zeigen. Aber ich habe halt genauso wenig Ahnung von dem allen hier wie ihr. Wobei, jetzt schüttel ich gerade. Ich habe immer ungefähr eine Sekunde mehr Ahnung, weil ihr es sich ja erstmal angucken müsst. Und dann... Wahrscheinlich fällt euch in der Zeit noch irgendwas auf und mir nicht. Das wäre ja schon mal schuld. Aber gut, erst nochmal zu Mr. Misery. Denn da will ich noch was ausprobieren. Ich will da unbedingt hin. Ansonsten könnten sie sich auch vielleicht irgendwo niedergesetzt haben. Wer weiß. Denn... Ich will hier mal noch versuchen, ohne was kaputt zu machen... Hm. Okay. Hier ist es zu eng. Schade. Haha. Zu eng. Ähm... Hier komplett durchzukommen. Denn... Mr. Misery sagte immer am Anfang... Hier, mein Freund, ich habe dich gehört, wenn du alles zertrümmert hast. Ich dachte eigentlich, wenn ich jetzt mal nichts zertrümmere, bemerkte mich vielleicht nicht. Ja, ich weiß. Hier kann ich wieder nicht auf mein Reitier steigen. Ah, hier klappt's. Wunderbar. So. Hier muss es doch irgendeinen Weg geben, ohne alles kaputt zu machen. Die friedliche Variante. Muss doch auch mal ausprobiert werden. Aber sonst scheint es hier nichts Neues zu geben. Schade. Ja, Alola. Mann, willkommen. Ich bin Mr. Misery. Hat dich vom Weiten gehört? Okay, alles klar. Nichts Neues. Mann. Gib mir endlich dein scheiß Item. Und wenn's nur... Ist es, dass du deine Haarpracht wunderschön gemacht hast. Denn ich will auch so eine glänzende Klatze haben wie er. Da klotzt du dann komisch, wenn du das siehst. Hm. Nee, hier ist es wirklich überhaupt nichts. Oh, Mann, das fuckt nicht ab. Wieso der jedes Mal hierher kommt, ohne irgendwas Neues zu machen. Allgemein, die Demo fuckt mich immer mehr ab. Weil ich jetzt langsam nicht mehr weiß, wann ich, wo ich, wie ich, was ich machen soll. Aber okay. Ja, auf geht's bitte zurück nach Haluliadiladi City. Haluholi City. Irgendwie so in die Richtung. Zurück in die Stadt. Ich komm hier auch nicht runter. Na, schade. Okay. Okay, wo könnte man jetzt noch gucken? Wir könnten jetzt erstmal noch jeden einzelnen Garten durchgucken. Nach irgendwelchen Sachen, die ich übersehen haben könnte. Ey, das ist eine Abkürzung. Die ich, glaube ich, schon mal gefunden habe. Aber hey, ist nur eine Demo. Da kann man noch Sachen vergessen. Und natürlich, wenn man einen romantischen Spaziergang machen will, dann geht man zum Pier. Und hier am Pier, halb vier, steht immer noch der alte Mann, der meint, Tag beginnt, Tag geht unter, wenn Sonne ins Meer geht. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt später wiederkommen muss, wenn die wirklich ihren romantischen Abend haben oder sonst was. Aber, hmm. Wird wohl nix, ne? Vielleicht habe ich hier drin noch irgendjemand vergessen. Was kann man mit einem Machu Mai machen? Ich will die doch bloß wiederfinden. Ne, Machu Mai, du bist richtiger Macho. Frauen stehen halt bloß auf Machos, ne? Auf nix anderes. Muha, da lacht er mich sogar aus. Weil selbst er mehr Frauen hat, da jetzt nicht in dem Spiel. Ach, Mann. Hier konnte ich auch nix kaufen, ne? Ne, bloß. Ey, guck mal, viele Touristen steht da oben. Irgendwas. Okay, was nicht lesbares kann ich hier durch? Och, Mann. Ja, ich freue mich auf die Fertigstellung. Ich freue mich darauf, wenn ich hier irgendwann mal durch kann. Verdammt. Oder gibt es noch irgendwas Neues? Genau, legt in 19 Tagen ab. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das sind 24 Tage damals gewesen. Alles klar. Riesenangst, komm da bitte vorbei. Habe ich jetzt neigedrückt? Ich muss natürlich ja drücken. Sorry. Natürlich durfte ich, dass man das mehrfach bestätigen muss. Aber ja, geht in Ordnung. Bin dabei. Es ist halt immer so eine Angewohnheit von jeglichen RPGs. Immer mit B das alles wegzudrücken, das ganze Gespräch. Damit man dann nicht, wenn dieses sinnlose Gespräch vorbei ist, nochmal den Typen anspricht. Das ist mir selber schon viel zu häufig passiert. So, hier war noch ein Machomai. Hier gibt es aber auch bloß überall solche scheiß Machos. Das kann doch nicht den hier ernst sein. Weil wahrscheinlich kann ich die gar nicht finden, weil die schon in irgendeinem Busch hängen und da ihre muskulösen, sportlichen Aktivitäten ausleben. Oh, mein Fuß war verstocht. Wie hat der scheiß Machomai den Fuß wieder ordentlich hingekriegt? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht mehr, ob ich es verstehen will. Das ist das Schlimmste. Das Spiel macht mich doch nicht fertig. Alles klar. Ich glaube, Menschen und Pokémon und Machomais könnten tatsächlich in derselben Eigruppe sein. Das ist jetzt nicht ganz so abwegig. Ich meine, er hat sogar eine Hose an. Also, er wird da mal in ziemlich enge Hose und man sieht nichts durch. Also, wird er nicht so viel haben wie ich. Aber, hey! Oder wie Kwayutsu. Selbst der hat eine längere Zunge. Ganz ehrlich, dass das wäre mal was ordentliches gewesen als Partner. Nicht so ein Machomai. Ich meine, du kannst doch anschließend nicht mal mehr laufen. Weil, weil, der hat eine Hand für jedes Loch. Sogar beide Nasenlöcher gleichzeitig. Da! Das ist nicht cool. Das ist auch nicht witzig. So, sowas will man doch nicht haben. Shit! Na gut, aber wie es aussieht, komme ich hier nichtsdestotrotz nicht drum rum. Ich finde die halt nicht wieder. Die scheinen auch nirgendwo zu sein. Wahrscheinlich ist sie wirklich einfach weggelaufen. Und es ist mal bloß just for the lols. Weil den Typen nichts anderes eingefallen ist. Alter Schwede! Wieso? Wieso tue ich mir sowas immer wieder an? Ach, Mann! Okay, hier ist auch nichts Neues. Kann ich hier eigentlich rechts lang? Ne, kann ich nicht. Das Fleckmann lässt sich immer noch viel, viel Zeit. Ey, ey, kleiner. Große Hülle, weicher Kern. Ne, kenne ich noch was. Meine Hose. Hat nur einen kleinen Kern. Aber hey, was soll's. Hier im Busch sind sie zumindest auch schon mal nicht. Das ist schon mal schön. Hier unten ist auch kein Item. Man weiß ja nie. Ich weiß, ich muss jetzt noch mal kurz hier in den Hinterhof durchgucken. Einfach bloß, damit ich für mich später, sobald wir im Spiel hier sind, schon mal so ungefähr weiß, was wie wo ist. Und ich hab immer noch die fucking Vermutung, dass hier in irgendeinem Hinterhof irgendwas ist. Ich meine, warum baut man sowas Neues ein und führt da keine Items dazu? Also es ist halt schon ein bisschen schade. Und ich sehe auch immer diese krass leeren Stellen, die scheinbar sinnlos krass leer sind. Und früher waren da immer Items. Und ich drücke da ja schon wie wild A, aber ich finde die Items trotzdem nicht. Wäre geil, wenn man noch einen Itemfinder nur für die Demo bekommen würde, um halt da mal nachzuschauen. Weil in guter alter Pokémon-Manier, Manier, werde halt auf jeden Fall was versteckt. Hier ist nichts versteckt. Ist zwar schön, Pokémon, dass du dich mit mir entwickelt hast, aber das heißt nicht, dass du die Ostereiersuche unbedingt rauspatchen musstest. Nur mal so, nebenbei. Rage ich mit erwähnt. Hier war ich schon, ne? Genau, das hier ist das Rathaus. Hier war ich ganz am Anfang. Oh, du bist ja wieder da. Ich bin mit meinem Retter am Strand gewesen. Das hat echt Spaß gemacht. Sex on the Beach, alles klar. Am Strand gewesen. Welcher Strand? Der Strand da oben. Das heißt, die waren doch da oben irgendwo. Also hier komme ich wahrscheinlich immer noch nicht vorbei. Komm schon, mach dich doch mal nicht so fette. Es gibt nur einen Strand. Wenn ich nach unten gehe, komme ich zum Mr. Mystery. Wenn ich zum Pier gehe, ist kein Strand. Das heißt, Strand ist nur hier oben. Am Tank-Karlath-Hügel. Sie sind wirklich nach Norden gegangen. Jetzt gucke ich da nochmal hin. Ich will da jetzt irgendwo ein Macho Mai ohne Hose sehen. Ihr gehe hier nicht raus. Und wenn ich das nur von hinten sehe. Nein, ich werde jetzt einfach mal den Strand durchchecken, ob ich da irgendwas mit A drücken oder so finden kann. Ob ich irgendwo in irgendeiner Ecke ein Easter Egg jetzt noch bemerke. Oder was weiß ich. Ich weiß nicht mal, was ich suche. Weil was will man da suchen? Es fickt mich diese Geschichte. Obwohl nicht mal ich gefickt wurde. Da muss man ja noch dazu sagen. Ich hatte nicht mal Spaß. Ich war nur unbeteiligter Tritter. Und ich durfte nicht mal die Kamera halten. Was es ja nochmal schlimmer macht. Ja, ich drücke gerade die ganze Zeit A einfach bloß mal rauszufinden, ob ihr irgendwo ein verkacktes E-Time liegt. Hier zum Beispiel. Hier würde immer ein E-Time liegen. Versteckt ist, was man nicht sehen kann. So, wir kommen zum Strand. Wir kommen den Strand näher. Okay, unten kann ich nicht lang. Hier müssten sie also irgendwo gewesen sein. Aber ich sehe hier absolut gar nichts. Ich kann auch kein Item aufnehmen. Es ist glitzert, auch nichts am Boden. Es macht nichts. Funkel, Funkel. Hast du irgendwas gesehen? Nee, jetzt dann fliegen die Fetzen. Es ist der einzige Strand in diesem ganzen Demo. Deutsch anwesend oder auch nicht. Und hier ist nichts. Nicht mal Fußspuren im Sand. Okay, da drüben ist noch ein bisschen weiß, wenn man hier links genau hinguckt. Manche würden es als mehr bezeichnen. Das glaube ich nicht. Aber ja, sonst ist hier nichts. Der Sumo-Kampf findet auch immer noch statt. Und das Spiel hat auch nicht mal gespeichert. Stimmt, das Spiel hat nicht gespeichert. Ansonsten speichert das Spiel immer. Egal, was ich mache. Es hat heute noch nicht einmal gespeichert. Alles, was ich getan habe, ist also sinnlos gewesen. Mit anderen Worten. Weil ich kann auch selber nicht speichern. Was ein bisschen komisch ist. Aber. Hä? Okay, es hat mich nur noch mehr verwirrt. Stecken wir das mal kurz so weg. Ich glaube, das einzige Mal, wo es gespeichert hat, war wirklich bei Miser Misery. Ähm, ja, ich würde ganz gerne zurück. Das heißt, man muss halt theoretisch immer irgendwas Neues machen, damit es speichert. Heißt das theoretisch nicht. Wenn ich jetzt das Spiel beende und nochmal zurückgehe. Ähm, dann dürfte ich die Szene nochmal sehen. Und ja, ich rede hier mit Absicht von dürfen. Nicht von müssen. Okay, aber nein. Das, ähm, ist ein Strand gewesen. Mir fällt kein anderer Strand ein. Ich habe da jetzt absolut nichts gesehen. Es gibt also nichts Neues. Hey. Es war bloß die verkackte Geschichte von dem Macho, der immer wieder mehr Frauen abgeschleppt hat als ich. So. Wie gesagt, man kann nicht speichern. Es gibt irgendwo die Option zum speichern. Das heißt, wir beenden mal ganz kurz. So, beenden. Okay. Software wird beendet. Obwohl es doch hat gespeichert als ich bei Miser Misery war. Und das war nachdem ich, ähm, Hallo gesagt habe zu Macho Mai, der sie abgeschleppt hat. Das heißt, jetzt sehen wir uns das nochmal kurz an. Wenn mein 3DS schnell genug läuft. Ich weiß, Black Screen ist immer das Geilste, was einer zeigen kann. Achtung, der Ton ist gerade verkackt laut. Liegt, äh, daran, dass das Programm sich jetzt mal neu kalibriert. Sobald ich neu starte, gleich wird es wieder so laut sein. Sobald da links oben kein No-Signal mehr, mehr steht. Oder No-Validata. Ähm, regelt es sich komplett neu ein. So, ich stelle es mal kurz wieder runter. Direkt präventioniert. So, Start drücken. Übrigens, wie gesagt, man startet immer da vorm Poké-Center. Speichervorgang. Spiel gespeichert. Okay, jetzt gehen wir nochmal hin. Gucken wir nochmal, ob die, äh, nochmal irgendwas hier macht. Kann ich eigentlich mit dem Ding sprechen? Oh, ich kann wirklich mit dem Ding... Hier, Millimilli, okay. Ich bin mit meinem Retter am Strand gewesen. Das hat echt Spaß gemacht. Okay, es gibt also nichts Neues. Das hat wirklich gespeichert. Na, okay. Ich bin verwirrt. Also, wie man mir vielleicht anmerkt, ich würde jetzt gerne irgendwas Witziges erzählen. Ich würde euch jetzt gerne allesamt unterhalten, aber... Das Spiel hat mich einfach bloß weggeflasht. Ich will nicht mehr. Bis in sieben Tagen.